ja und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von outlast wir waren hier das letzte mal stehen geblieben als wir den typen da der sich vom stuhl aufgestanden ist ja wir haben gestartet ja ich war aber gerade eben wieder hinten bei der wo die karte geholt haben und ja jetzt laufen wir hier weiter wenn man einen langen gang sieht man rennen könnte und nach hinten schauen könnte okay ich weiß warum ich bin mir nicht so ganz sicher aber ich glaube ich habe nach dieser folge keine lust mehr auf outlast ich hoffe einmal dass diese folge der sound einigermaßen gut ist und ja nein machen warum macht jemand die tür zu das wird schon wieder spannend was gibt es denn hier nichts cool wo die junge wo die junge aber ich will mich erst ein wenig umsehen den gibt es nicht so ganz so gut da können wir das mitnehmen sehr geehrte damen und herren aufgrund des bevorstehenden vollständigen berichts sind keine sofortigen maßnahmen seitens der merkauf corporation erforderlich da ist vor niemand kann da kann man nicht aufmachen hier jedoch schon junge was ist das denn mit hier oh leil oh junge ich will da glaube ich nicht rein aber unten ist wahrscheinlich noch schlimmer da bin ich das mitnehmen am besten machen wir die tür gleich mal zu so ok jetzt hat man keine richtige möglichkeit um schnell die tür auf und zu machen kann man kann man die nicht wieder abschließen oh junge da sieht man alle kameras oh junge die tür ist noch zu ok ich höre ihn schon wieder nein du kriegst mich nicht raus oh junge da ist er oh junge du weißt nicht dass ich hier bin 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 ich bin nicht da nein nein oh junge geh doch einfach hier kann man auch aufmachen komm jetzt mal ein bisschen ein bisschen wie jetzt mal ein bisschen männlicher hier ran an die ganze sache oh gott da können wir uns verstecken oh gott ok ich weiß auch ob das hier hinaus läuft und wir starten und verstecken oh gott oh gott nein warum warum macht das spiel das es ist so hervorsehbar dass da was kommt aber trotzdem nein ach hindi was mache ich mit dir denn jetzt bloß oh junge oh junge geh wieder geh einfach nur was bringt ist man ist er weg hier ist nicht oh man, hallo oh Junge geh nur weg hier ist nichts oh Junge du die Füße hui also dieses Spiel ich glaub warum hängt da auf einmal jemand? oh egal ich glaube nach dem Part werde ich erst weitermachen wenn ihr auch weiterhin davon etwas sehen wollt ok wie noch eine weitere Glaspumpe nein 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 oh Gott geh doch mal weg von hier ähhh ne ich bin nicht da ich bin nicht da ich bin nicht da geh einfach nur weg ich bin nicht da nein 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 oh Gott schau ihn doch mal an oh Junge das was wirkt nein hier war keine Mieterkatze ich glaube ich bin auch keine Mieterkatze noch eine Batterie holy shit oh der schalte warte mal jetzt erst schauen ok ich kann mich hier verstecken ok und verstecken er wird jetzt definitiv wieder kommen mal das kann ich jetzt schon mal das kann ich jetzt schon mal hä kommt er doch nicht das ist doch eigentlich gerade eben unsere Mission und die kann man nochmal oh Junge schau mal wer da ist da ist ein kleiner Gollum der macht jetzt nicht diese Tür auf oder nein 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 bitte geh wieder naja ganz genau ein Geist können wir die Tür aufmachen nein 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 nee geh weg oh tschüss ich hoffe ich schau nicht zweimal den gleichen sonst sind die neben mich das war jetzt genau was sagt denn ja er schau nicht neben mich ja von hinten sind wir verschwunden ja genau oh lol oh mami ok jetzt werde ich versuchen durchzuraschen dass ich schnell die Pumpe anmachen kann nein lass mich rennen lass mich rennen lass mich rennen ich bin nicht da lass mich in Ruhe so anmachen bitte so da bin ich auch schon weg ich sagte da bin ich auch schon weg da bin ich auch schon weg 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 ganz schnell weg oh fuck das war zu früh das war zu früh ich weiß nicht scheiße jetzt bin ich nein 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 jaaaa du Affe na was sagst du jetzt hier guck mal aber warte mal nein ich will nicht hoch aber hier bei dem Knüppeltypen ich warte jetzt wenn ich oben aufmache und hoch gehen will warte da ein ziemlich großer Kerl auf mich oh Junge ich will jetzt wirklich nochmal hin ist denn das euer ernst oh ne ja genau mhm lecker naja ich bin sorry mein Junge ich wollte das nicht machen ich wollte das zu dir machen aber du kannst nicht weg nicht noch es ist so viel zu tun es ist so viel zu tun wo du das zu tun hast wo du das zu tun hast wirst du es sehen kannst du es sehen unser Herr der Wollrider die Wahrheit in den Unglauben oh Junge der einzige Raum will ich jetzt gerade nicht stecken du akzeptiere das Gospel und alle Türen werden vor dir öffnen aber der hat mich doch jetzt betäubt was was macht denn das Deckerchen jetzt mit mir bzw. was passiert wenn das Deckerchen mich hündet oh Junge ich will das nicht nein ich will das nicht so jetzt ist nicht wo werde ich denn jetzt warum bin ich jetzt auch gar ganz anders da was hat das Dickechen und was ist mit meinen Beinen los die schauen gerade eben so komisch aus oh ne doch nicht oh Junge und ja da sage ich zurzeit relativ oft nein nicht verstecken ich will meine Kamera aufmachen Mensch ich werde mit dir hier kann irgendwas was ha und jetzt oh das ist ein netter Dude und lass mal meine Notiz lesen äh lesen äh gar nichts auch nicht die na nein ohne Licht wird jetzt etwas creepiger aus bestimmt zähne ist oder diese greife Wahnsinn Warte mal, sind die nackig? Die sind doch nackig. Wow, sie sind nackig. Was sind das für Stierlacken, Mann? Ich gebe meine Zunge nicht ab und meine Leber erst recht nicht. Weil die Zunge brauche ich zum Reden und die Leber zum Leben. So, tschüss. Dann gehen wir mal hier durch, Mensch. Ein Moment. Ich bin etwas müde gerade eben. Ich bin auch schon relativ spät. Ah, mein Auge. Freitag, freitag. Oh Gott! Oh, joi, joi. Was ist denn mit dir los? Es ist krank. Du bist krank. Du hast ja einen kopflosen Typ liegen. Das ist krank. Oh, nett. Klopapierrolle. Und da ist einer zusammengekauert. Und er hat die Klippjacke an. Was? Kein Kommentar. Was ist denn du so? Nichts. Oh, cool. Warte mal, da war doch gerade... Da stand gerade noch jemand. Oh Gott. Oh, es speichert. Oh, nee. Oh, nee. Gibt irgendwas? Eine Battery. Locked. Cool. Jetzt kann man nicht mehr. Ähm. Was? Was für ein klein Neverdream, Neverdream. Oh, okay. Oh, guck mal an. Was man nicht so alles findet. Äh, ja genau. Hupsala. Äh, so. Don't drain, don't drain. Ja, jetzt zur Entordnung. Jetzt sind. Äh, ich glaube, ich will hier nicht sein können. Äh, okay. Warum? Ähm. Just shut up! We'll think for a minute! Quiet! Mmh. 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 Oh, hi. Rituale Beschwörungen? Was? Was? Hä? Was sind denn für Beschwörungen? Was für Rituale? Egal. Gut, so wird hier die Tür schon mal offen, falls es etwas verfolgen sollte. Hahaha. Was es hoffentlich nicht tut. Oh. Oh Gott, wie der schon aussieht. Ja, ich bleibe still. Nein, 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 nein. Du zeigst mir gar nichts. Du zeigst mir gar nichts. Zum Glück habe ich die Tür schon aufgemacht. Du zeigst mir gar nichts. Gar nichts. Zeigst du mir. Ich bin nämlich weg. Oh no. Hi. Ha. Oh Gott. Aua. Ja, nicht auf die Nase. Es tut weh. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh. Geh weg. 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 Ja, nee. Du. Tschüss. Mach mal, ne? Ja, genau so. Weg. Knopf drücken. Oh, Junge. Ich bin weg. Oh. Hauptsache, dass man den Knopf drücken muss. Das habe ich gespoilert. Bekommen. Sein. Halbentun. Oh, Junge. Oh. Da ist sogar noch was gelaufen, oder? Da ist sogar noch was gelaufen. Da ist noch jemand. Warum ist da noch jemand? Jetzt muss ich vor zwei Leuten abhauen. Natürlich. Wen heilt ihr mich denn? Äh. F. Nein. Oh, nein. Kann ich hier rein? Jetzt. Jetzt. Jetzt wissen wir, dass die Hand ist. Es ist der Moment. Du bist mein Gott. Warte. Hast du da ne Macht? Der hat ne Mache. Alles klar. Tschüss. Ich nehme dir den Selbstmordweg. Macht. ich musste drüber oh ne das mache ich nicht mehr lange mit oh Junge die sind weg diese die 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 sind weg Junge was ist denn mit dir kaputt reichst du den boy erstmal die hand ab ich weiß wo ich hin muss ich komme durch die duschen alles klar was werde ich dann wohl mal machen nein 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 wir können über alles reden wir können über alles reden Jungs wir können über alles reden die die sind sie weg sind sie weg sind sie weg Sie weg Was probieren Komm ich nicht von hier Wow, okay Ja, nee, 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 nee Oh, zu Glück, oh, zu Glück, oh, zu Glück, oh, zu Glück Geht er hoch, geht er hoch, geht er hoch Und laufen, und laufen, und laufen Warum hast du die, die man sich gerade in meine Tür geschlossen hat Damit glaube ich nicht klar Nee, 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 nee Oh, Junge, oh, Junge, oh, Junge Natürlich Ja, genau Nee So, Handy Weißt du was So, komm ich jetzt mal nach oben Dann gehst du mir langsam auf den Sack Was ist das denn? Warum Warum sehe ich nichts? Was zur Hölle ist denn das? Für ein Haufen an Körpern Zeug Irgendwas Warte mal, waren wir hier nicht vorhin? Komm, Herr Diggachen, jetzt du und ich 101, komm ran Ich spiel dich aus, sag ich dir Ich spiel dich aus So, zack Damit hast du nicht gerechnet, ne? So Damit hast du nicht gerechnet, dass ich so flink bin Wenn ich damit einfach austrickse Und hier geht's nicht raus Natürlich geht's hier nicht raus Was denn sonst? Und ich lauf direkt in seine Arme Nein, 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 jetzt ist er wieder da Scheiße, 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 scheiße Scheiße Renn doch mal ordentlich, Junge Renn doch mal ordentlich Nein, ich hab's mir nicht selber gekauft Ich weiß auch nicht, wer du bist Aber ist jemand geschrieben, dass ich dich kennen sollte? Oh, Junge, 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 Junge Ja, nochmal durch da jetzt Oh Okay, okay, warte Da sollte er nicht durchkommen, oder? Kommt er da durch? Nein, tut er nicht Okay, okay, okay Aber um kurz zu gehen, gehen wir schnell da unten durch Ja, genau, nochmal zum Schluss So was Du kleiner, elendiger Komm, ich lege mich jetzt zu dir So, hier Ich kauere mich jetzt neben dich Und sage Vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns Bei der nächsten Folge Wenn ihr eine wollt Lass mich jetzt wicken Wissen mit ein paar Likes Schreibt in die Kommentare Ob ihr überhaupt noch etwas davon sehen wollt Und naja Tommi sagt tschüss Mit seiner komischen Ist das eine Hand oder ist das ein Fuß? Ist das eine Hand? Egal Tommi sagt tschüss Ich sag tschüss Macht's gut Bis zum nächsten Mal Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.